Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Tag! Bisschen spät. Morgen. Siehst ein bisschen fertig aus. Bisschen wuki? Hast du eigentlich gestern noch gecheckt, ob der Browser Pings ans Backend sendet, damit die Session aufrechterhalten wird? Ich bin gerade dabei, das zu fixen. Tja, schon wieder. In meinem Streaming-Profil bekomme ich verdächtig spezifische Vorschläge für Playlists rein. Cool Down, Tracks für heiße CPU-Nächte. Fintechno. So was höre ich doch gar nicht. Und wer ist bitteschön Scrum Master Jay? Eigentlich brauchst du dich ja nicht zu wundern. Du akzeptierst ja auch einfach so jeden Cookie, den man dir anbietet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020